Hallo liebe Abonnenten, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe von Kennst du schon? Ihr seht es auch schon oben im Titel, heute stellt sich Kollege Tangel spielt vor. Doch bevor ich ihm die Bühne hier freigebe, damit er sich und seinen Kanal ein bisschen näher vorstellen kann, werde ich noch ein paar Worte über seinen Kanal verlieren. Warum darf sich der Kollege hier vorstellen und warum darf das vielleicht Kollege XYZ nicht? Ganz einfach, Tangel, wir stehen schon seit längerer Zeit über Skype in Kontakt und es ging immer hin und her, hin und her und ich habe ihn wirklich gefoltert. Ich habe gesagt, Junge, da geht was mehr, da geht was besser und er hat sich wirklich allen Kritiken angenommen. Er hat sich im Videoschnitt verbessert, er hat sich in der Qualität verbessert, er hat sich sogar in der Hardware verbessert, also an allen Fronten packt er an, damit er sich und seinen Kanal weiter nach vorn bringt und ich glaube, dieser Ehrgeiz allein verdient es schon, von mir hier ein bisschen unterstützt zu werden. Also schaut euch einfach mal das kleine Video an, schaut vielleicht beim Kollegen Tangel mal vorbei, hinterlasst ihm vielleicht einen netten Gruß von mir und ich würde mal sagen, Tangel, bist du schon bereit? Ja, ich sehe, du kommst schon auf die Bühne, dann Bühne frei für dich. Viel Spaß bei der Vorstellung von Tangel spielt. Miau Miau Ja Leute und herzlich willkommen hier bei meinem Vorstellungsvideo auf TomThompsons Kanal. Erstmal danke an dich Tom, dass du mir diese Chance gibst, mich und meinen Kanal bei dir und deinen Zuschauern vorzustellen. Vorneweg will ich noch sagen, dass sich meine Audio- und Videoqualität auf jeden Fall verbessert hat, nicht wie hier in den gezeigten Spielszenen, die sind aus Videos, die sind über ein Jahr alt, also macht euch da keine Gedanken. Ich habe mehrere Stunden darin investiert, meine Audio- und Videoqualität zu verbessern und ja, aber jetzt erstmal zu mir und zu meinem Kanal. Ich heiße hier auf YouTube Tangel spielt, mein eigentlicher Gaming-Name ist Tangel Freak, so heiße ich in Steam oder Modern Warfare 2, eigentlich in allen Spielen. Mein Kanal hat über 200 Abonnenten, 300 Videos und über 20.000 Videoaufrufe. Und ihr fragt euch jetzt sicher, was macht der Typ eigentlich? Das kann ich euch beantworten. Und zwar, ich mache auf meinem Kanal eine Vielfalt von Videos von Let's Plays bis hin zu Commentaries. Ich mache einfach alles möglich, weil ich will halt das machen, worauf ich Bock habe. Also es kommen verschiedene Projekte. Ab und zu kommen auch einfach mal kleine Short-Clips von MP2, Leech of Legends und so weiter, wo ich halt kleine lustige, unvorhergesehenen Momente einfach aufnehme und Musik hinterlege. Ich habe schon mehrere Spiele gespielt, dazu gehören Far Cry 3, Essence, Creed Black Flag, Mafia 3, The Walking Dead, Modern Warfare 2 und natürlich auch Minecraft. Das ist ein kleiner Anteil von den Spielen, die ich schon gespielt habe. Ich habe schon mehrere Let's Plays gemacht. Da sind auch noch Singleplayer, also andere Singleplayer Let's Plays mit drin. Und ja, zurzeit kommen auf meinem Kanal hauptsächlich Minecraft-Videos, wo ich auf meiner Singleplayer-Map halt meine Gestaltung freien Lauf lasse und einfach eine kleine Zivilisation aufbauen will. Mit mehreren Gebäuden, verschiedenen Landschaften und Baustilen. Ich habe zum Beispiel schon Leuchttürme gebaut und Mühlen und da wird noch einiges, einiges kommen. Also ich mache mir da vorher schon Gedanken, wie ich das alles so machen will und gebe mir da auch echt Mühe. Und um den ganzen halt noch das richtige Feeling zu verleihen, gibt es noch einen richtig geilen Shader oben drauf und passende Hintergrundmusik dazu. Dass zurzeit nur hauptsächlich Minecraft-Videos, Singleplayer-Videos auf meinem Kanal kommen, liegt einfach an meinem Zeitmonat, den ich privat daheim jetzt zurzeit habe. Was ich aber ändern will und werde. Am Anfang habe ich einfach nur aus Spaß-Videos von meinen Zocker-Sessions mit Freunden damals hochgeladen und irgendwann kam halt einfach die Routine rein. Und ja, so fing ich halt an, Let's Plays zu machen. Ich spiele das, worauf ich Bock habe und wann ich Bock habe. Ich möchte mich nicht zu irgendwas zwingen müssen oder irgendwie zu jemandem verstellen müssen, der ich nicht bin. Ich will einfach das machen, worauf ich Bock habe. Wenn ihr auch so denkt, Spaß an Gaming-Videos und Unterhaltung dieser Art habt, dann kann ich euch nur darum bitten. Gebt mir eine Chance, schaut auf meinem Kanal vorbei und lasst mir ein Feedback da. Das war's von mir, Leute. Bis dann und ciao.